Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 25.700 US-Dollar. Unsere Long-Position ist auf Stop-Loss-Entry ausgestoppt worden, aber im Endeffekt Bitcoin geht es noch richtig, richtig gut. 3% im Minus, während andere Altcoins wie zum Beispiel Cardano, blicken wir jetzt auch gleich mal drauf, teilweise knapp 28% seit gestern verloren haben. Also Altcoin-Markt ist komplett down momentan. Da fühlt man sich gut, wenn man mehrhaltig in BTC momentan ist. Aber gut, viele von euch sind natürlich auch draußen in Altcoins mehr oder weniger investiert. Momentan, deswegen habe ich, ich habe es ja schon die letzten Wochen immer wieder gesagt, ich mache erstmal keine Altcoin-Update-Videos mehr. Vielleicht könnte es sich jetzt langsam mal wieder ein bisschen anbannen, dass ich vielleicht doch mal wieder ein paar Videos mache. Aber momentan schaut es euch an. Also auch Matic 20%, Chilis 22%. Wie gesagt, sorry, Cardano zwischenzeitlich 28%. Also vieles hat sich schon wieder minimal erholt. Aber trotzdem ist es einfach nur ein reines Blutbad heute am Altcoin-Markt. Und Bitcoin schilt hier bei 3%. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt mit dem Video starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist unten wie immer in der Videobeschreibung. Und natürlich komplett for free. Das war nochmal so das kleine Ding von gestern, wo ich drüber gesprochen habe. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt erledigt. Stop-Loss-Entry wurde gehittet. Und ich glaube, Ricky hat es hier auch nochmal reingepostet. Hier hat man nochmal einen kompletten Übermarkt. Also komplett der ganze Altcoin-Markt ist eigentlich komplett down. Gut, gehen wir rüber in die Analyse rein. Nur ich würde sagen, wir schauen uns eben mal ganz kurz zum Beispiel Matic an. Also da seht ihr auch, das ist einfach krass. Wir haben jeglichen Support, Matic das Golden Pocket verloren. Und wenn wir uns das einfach mal prozentual anschauen, von gestern Abend einfach Matic zwischenzeitlich 35% im Minus. Es ist heftig, viele nutzen es als Nachkaufgelegenheiten. Nur solche Wigs werden wir früher oder später einfach wiederholen. Wir holen uns gerade teilweise sogar einfach die ganzen Wigs von unserem Bullrun, von unserem letzten Bullrun, wo einfach noch Ineffizienz drin war. Die haben wir uns jetzt bei viel bei Altcoins geholt. Natürlich durch diesen ganzen SEC-Mist, der da draußen unterwegs ist, verkaufen halt jetzt viele. Binance shuttet im Endeffekt ihre Börse in den USA so ziemlich down, weil sie alles D-Listen, Crypto.com, wird sich auch aus den USA zurückziehen. Also im Endeffekt wird hier einfach der Handelskrieg im Endeffekt weitergeführt. China, USA und China profitiert im Endeffekt davon, weil viele es einfach darüber wandern, wird jetzt meines Erachtens nach. Aber gut, die USA wollen es so. Bitcoin, wie gesagt, momentan bei 25.600 US-Dollar. Wir haben den ganzen Pump, den wir hier hatten, fast wieder jetzt wettgemacht. Wir haben den Wig hier unten fast gefüllt. Also für mich ist es schon wieder so langsam an der Überlegung, hier eine kleine Long-Position aufzumachen. Mir wäre es sogar ein bisschen lieber, wenn wir uns das Low hier drunter noch fischen und sogar hier die knapp 25.000 US-Dollar sehen. Hat einfach den Aspekt, dass wir dann eine Hidden Bullish Divergence hätten. Das heißt, ein tieferes Tief, höheres Hoch im Ares-Eye. Ah ne, das wäre eine ganz normale Bullish Divergence. Sorry, ich bin noch ein bisschen neben der Kappe. Ja, auf jeden Fall hätten wir dann eine Bullish Divergence. Das wäre eigentlich ganz nice, wenn wir das jetzt noch so hinkriegen im Endeffekt. Aber ansonsten ist es halt einfach nicht zu vergleichen. Also es hat sich jetzt wenig getan, auch gestern. Deswegen habe ich ja kein Video gemacht. Wir sind übergeordnet noch so ein bisschen seitwärts, eher ein bisschen Downside gerichtet trotzdem noch. Aber Bitcoin hält sich immer noch stärker als die ganzen Altcoins. Und ich vermute auch, dass da eher ein bisschen Kapital in Bitcoin fließt, anstatt eher Zweithänden oder wie gehabt in die Altcoins eben. Tut vielleicht der Markt auch mal ganz gut, dass da viel bereinigt wird. Aber trotzdem für viele, die im Endeffekt einen Haufen Kapital da drin haben, tut es mir natürlich auch leid. Ja, wie ist der weitere Plan für Bitcoin jetzt erstmal an dieser Stelle? Erholung wäre wie gesagt ganz nice. Heißt trotzdem würde ich meines Erachtens nach hoffen, dass wir uns im Endeffekt hier nochmal die Einstunden-Demandzone einfach komplett nach unten hin durchbrechen. Das heißt nochmal tieferes Tief, die Liquidität unter diesen Stop-Losses hier fischen und dann im Endeffekt eine Erholung sehen. Und dann wird es natürlich interessant werden, wie hoch gehen wir. Fischen wir uns nur die nächste Ineffizienz hier bei 26.250 und kriegen dann wieder einen kompletten Down-Move? Oder schaffen wir es hier wirklich mal nach oben hin zu durchbrechen, die Zone zu bestätigen und dann nach oben hin auszubrechen? Weil das war genau der, was heißt Fehler, Fehler war es nicht. Aber genau dieser Move, den wir die letzten Tage jetzt wieder hatten. Klar, der erste Take-Profit wurde erreicht, 26.600 hatten wir den glaube ich grob. Dann sind wir hochgekommen, haben hier wieder in dieser Zone kein höheres Hoch bekommen. Wir wurden zweimal rejected und jetzt ging der Markt eben nach unten. Also es sieht nicht wirklich geil aus weiterhin. Wir brauchen einfach ein höheres Hoch und für mich erster Step wären hier auf jeden Fall die 26.800. Besser wäre es aber, wie gesagt, nachhaltig hier über die Marke von 27.270 US-Dollar zu kommen. Vorher befinden wir uns in einem Downtrend und vorher sind auch die 24.000 US-Dollar immer noch möglich. Kurzfristig, RSI, 1 Stunden Chart, auch hier keine Bullish Divergence. Das heißt, ein tieferes Tief wäre besser. 25.3 würde ich mir jetzt meinen nächsten Entrymite so grob hinlegen. Sollten wir erst die Ineffizienz füllen, dann würde ich sogar eher überlegen, einen Short nochmal mitzunehmen, dann nach unten und dann eben die Long-Position zu eröffnen. Mehr gibt es bei Bitcoin momentan nicht zu sagen. Leider gehen wir mal rüber zu Ethereum. Ethereum als Altcoin auch komplett zer... Ihr wisst, was ich meine. Heute Nacht auch hier gleiches Spiel. Unser Plan war eigentlich hier über diese grüne Zone drüber zu kommen. Ist leider nicht passiert. Auch hier wieder Widerstand, wurden rejected und heute Nacht eben dieser brachiale Abverkauf. Interessanterweise diese Supportzone hier unten bei den 1716 haben wir uns noch nicht gefischt. Gehen wir mal in einen 4-Stunden-Timeframe rein. Wie sieht es dort aus? Das waren hier unten noch unsere Wigs. Ist nicht unwahrscheinlich, dass wir uns eben diesen Bereich auch nochmal holen. Also Verkaufsvolumen sehr, sehr krass. Ineffizienz haben wir hier oben bei dem 1821. 4-Stunden-Timeframe würde ich jetzt nicht nach dem Entry suchen. 1-Stunden-Timeframe, wie sieht es dort aus? Das Volumen wird zumindest ein bisschen schwächer. Bullish Divergence haben wir nach jetzigem Stand auch keine. Tieferes Tief, tieferes Tief. Also auch hier müssen wir eher mal warten, dass wir im 15-Minuten-Chart oder sowas irgendwie mal eine Bullish Divergence oder irgendwas reinkriegen oder so einen doppelten Boden. Danach sieht es jetzigen Stand nicht aus. Wir ziehen uns noch hier das FIP vom Abverkauf. Wo könnte es jetzt erstmal in den nächsten Stunden hingehen? Sollten wir eine leichte Erholung sehen, wäre eventuell der Fahrplan, dass wir hier erstmal Richtung 1788, dann die Liquidität unter den Tiefs holen und dann versuchen mit einem doppelten Boden nach oben hin auszubrechen. Also ihr seht, momentan würde ich euch einfach nur raten, Bitcoin, vielleicht Stockmerk, ja gut, das ist Wochenende, Stockmerk haben zu. Gold hat zu, kann man auch nicht traden, deswegen vielleicht einfach jetzt mal ein bisschen beiseite sein, einfach nichts machen. Wer Spot nachkaufen will, tut es vielleicht nach irgendwelchen gescheiten Zonen, wenigstens jetzt nicht einfach blind, nur weil das Ding 20, 30% nach unten hin gedammt ist. Einfach einsteigen, kann ich euch nicht empfehlen, würde ich einfach nicht machen. Guckt euch, ob ihr irgendwelche Supportzonen findet. Ansonsten guckt euch die ganzen Altcoin-Videos an. Wir haben teilweise einfach bei diesen Kursen gekauft, deswegen mache ich mir jetzt auch erstmal keinen Druck. Wir sind bei vielen mit 100% im Plus schon raus gewesen, beziehungsweise haben jetzt nur noch Gewinne laufen. Das heißt, wir können die ganze Sache theoretisch deutlich, deutlich gelassener angehen. Deswegen macht mir das jetzt persönlich jetzt erstmal nichts aus. Sollten wir nochmal tiefer gehen, dann müssen wir natürlich gucken, okay, gibt es möglicherweise noch irgendwo Einstiegszonen für uns langfristig. Das werden wir uns dann auf jeden Fall nochmal anschauen. Ansonsten würde ich sagen, gibt es von meiner Seite jetzt auch nicht mehr viel. Ich möchte euch jetzt nicht zu viel zulabern. Ihr seht selber, bleibt einfach ein bisschen Seitenlinie, genießt das schöne Wetter, genießt den Samstag und Sonntag. Am Montag oder auch Sonntag natürlich morgen ist noch ein anderer Tag, vielleicht ein besserer Tag und dann warten wir einfach ab. Gut, das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.